Für unsere christlichen Hörer und die Freunde des Papstes Benedikt XVI. haben wir jetzt einen Buchvorschlag, der euch sicher interessieren dürfte. In Gott ist unsere Zukunft. Mit großem Interesse verfolgen Medien und Öffentlichkeit, was der Papst seinen Landsleuten zu sagen hat. Die Impulse, die der Heilige Vater der Kirche und Gesellschaft in Deutschland, aber auch jedem einzelnen Christen gibt, können hier nochmal nachgelesen werden. Von der Ansprache im Deutschen Bundestag bis zu den einzelnen Gebeten und Predigten sind hier alle Texte vollständig abgedruckt. Das Buch In Gott ist unsere Zukunft von Benedikt XVI. erschien im Benno Verlag.